So, nun zu einer Reaktion, die wirklich etwas schwieriger ist. Ich habe mir da eine ausgesucht, die wirklich nicht sofort zu lösen ist und bei der ihr wahrscheinlich auch nicht auf Anhieb sehen werdet, welche Zahlen man als stöchometrische Faktoren braucht. Aber daran kann ich dann umso besser zeigen, auf was zu achten ist. Also zunächst mal zu den beteiligten Verbindungen hier. Hier, Aluminium, solltet ihr kennen inzwischen, H2O ist ja das Wasser, H2 ist Wasserstoff, so kommt Wasserstoff in Wasserstoffgas vor, also ein Molekül aus zwei Wasserstoffatomen, das zusammenhängt. Und dann habe ich hier noch Aluminiumhydroxid, das ist eine Benennung, die eben nicht systematisch ist, sondern ich habe hier drei Elemente und dann gibt es eben eigentlich keinen systematischen Namen. In Übungen zum Zählen von Atome kam das ja schon vor, dass man hier solche Klammer hat. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese drei hier sich auf alles, was in der Klammer steht, auswirkt. Der Grund ist, dieses OH ist eine spezielle Gruppierung, die fest zusammen ist und allerdings eben kein Element, sondern eine Gruppierung von zwei Atomen, nämlich einem Sauerstoff- und Wasserstoffatom und die kommt eben dreimal vor. So, zum Ausgleichen geht es darum, auf jeden Fall, dass wir eben zählen, welche Sorte oder wie viele Atome von welcher Sorte wir haben. Und wir fangen das erstmal an, indem wir aufschreiben, welche Atomsorten wir haben und wie viele Atome wir jetzt in dieser Situation haben. Da haben wir also ein Aluminium, Aluminium hier drüben kommt auch einmal vor, was jetzt noch nicht unbedingt zu viel besagt, da die anderen Sachen nämlich nicht stimmen, dann habe ich den Wasserstoff, der kommt hier zweimal vor und auf der anderen Seite auch zweimal und dann habe ich noch, ah, stimmt gar nicht, hier kommt der Wasserstoff natürlich zweimal vor, weil hier habe ich ihn noch dreimal, also muss ich noch was dazu rechnen. Ihr fragt euch vielleicht, warum lasse ich hier Platz, das hat seinen Grund. Ich möchte nämlich später die Faktoren, die ich hier dann auch hier da vorne dran schreibe, hier eben auch ergänzen und da lasse ich quasi Platz, dass ich die dann da vorne eintragen kann. So, und dann fehlt noch Sauerstoff, den habe ich hier bisher einmal und Sauerstoff auf der Seite dreimal, denn ich habe ja diese Gruppierung hier dreimal im Teilchen drin. So, die Frage ist jetzt, mit was fange ich denn an auszugleichen? Okay, Aluminium, das wäre ja schon richtig, das heißt, ich müsse da, wenn ich zuerst mit dem Aluminium ausgleiche, gar nichts machen. Wasserstoff, hier habe ich ja momentan insgesamt fünf, da zwei, da müsste ich also etwas ausgleichen. Das Problem ist natürlich beim Wasserstoff, dass es hier zweimal vorkommt, also hier einmal und hier einmal. Das heißt, ich müsste mir ziemlich genau überlegen, wie viel nehme ich von dem und wie viel von dem, damit ich dann die gleiche Anzahl, wie hier drüben habe und dann natürlich noch der Sauerstoff, der zweimal vorkommt. Jetzt möchte ich vielleicht nochmal betrachten hier, was für Arten von Verbindungen ich habe. Jetzt habe ich hier also eine Verbindung, die alle drei Elemente enthält. Es ist sicherlich ganz klar, wenn ich hier vorne dran eine Zahl ändere, dann ändert sich sowohl die Anzahl der Aluminium, als auch die Anzahl der Sauerstoff, als auch die Anzahl der Wasserstoffatome. Das heißt, am besten wäre es sicherlich, wenn ich mir möglichst früh darüber im Klaren bin, wie viel ich von dieser Verbindung brauche, damit ich nicht nachträglich etwas hier ändern muss und dann würde alles durcheinander geraten. Dann würde die Aluminium, die Sauerstoff- und die Wasserstoffanzahl sich ändern. Das heißt, hier muss ich also besonders darauf achten, dass ich das nicht erst zum Schluss anpasse. Was auch noch zu beachten ist, sind hier die Besonderheiten. Ich habe Aluminium und auch das Wasserstoff, habe ich hier einzeln stehen. Das heißt, sie kommen hier als reine Elemente vor. Das ist sozusagen das Gegenteil hier von dem Aluminiumhydroxid. Das heißt, ich kann zum Beispiel beim Aluminium, egal wie viel ich jetzt hier Teilchen nehme, die Anzahl der Aluminiumatome relativ leicht ausgleichen. Beim Wasserstoff geht das eigentlich auch. Das heißt, wenn irgendwo etwas nicht stimmt, kann ich hier einfach, sage ich mal, eine Zahl davor schreiben und kann damit dann hoffentlich die gewünschte Anzahl, die ich also brauche, um es auszugleichen, bekommen. Das heißt, man sollte Aluminium und Wasserstoff eher zum Schluss ausgleichen. Und was dann natürlich als erstes dran käme, wäre der Sauerstoff, weil der eben nur in einer Verbindung vorkommt oder in Verbindungen vorkommt, hier beim Wasser und hier drüben. Das heißt, ich würde gucken, dass ich zuerst eben den Sauerstoff ausgleiche und dann versuche, die anderen Elemente, also die anderen Atomsorten hier anzupassen. So, fangen wir mal also an, indem wir mit dem Sauerstoff, das Sauerstoff zuerst ausgleichen. Jetzt habe ich hier drüben drei Sauerstoffatome, hier drüben sind es erst eine. Also, sagen wir mal ganz einfach, ich setze einen Faktor 3 davor. Ich mache das mit Farben, damit man also besser sieht, wie das hier zusammenhängt. So, jetzt habe ich also drei H2O, dann hätte ich also drei Sauerstoffatome. Allerdings ändert sich dann eben auch die Anzahl der Wasserstoffatome. Nämlich, da die drei hier vorne ist, habe ich eben auch dreimal zwei Wasserstoffatome. Das wären jetzt sechs Stück. So, sechs Stück, also das ist jetzt ja jetzt richtig. Das habe ich mit meiner grünen Zahl erledigt, also wäre das jetzt richtig. Jetzt gucken wir nach dem nächsten. Ich habe ja gesagt, Aluminium und Wasserstoff würde ich als letztes ausgleichen. Und was nehmen wir jetzt als nächstes? Jetzt könnte man überlegen, nehme ich jetzt also Wasserstoff oder Aluminium zuerst. Ich würde dazu tendieren, also als letztes das Aluminium auszugleichen. Ganz einfach, weil es hier alleine dasteht. Beim Wasserstoff habe ich H2. Das heißt, ich kann nicht jede beliebige Anzahl an Wasserstoffatome dazunehmen. Das heißt, ich kann zwei, vier, sechs, acht und so weiter Wasserstoffatome bekommen, aber eben nicht eins, drei und so weiter. Das heißt, es könnte da immer eher Probleme geben. Deshalb sage ich, Aluminium als letztes ausgleichen. Also gucken wir mal nach dem Wasserstoff. Hier habe ich jetzt also sechs Stück. Hier drüben sind es ja fünf. Passt also nicht zusammen. Das ist also noch ein Fehler. Was könnte ich machen? Ich könnte die Anzahl der Teilchen hier auf der rechten Seite verändern. Ich könnte natürlich mehr von diesem Aluminiumhydroxid nehmen. Allerdings müssen wir daran denken, dann stimmt der Sauerstoff natürlich nicht mehr. Also, ich nehme auch mal eine andere Farbe, damit ich das da eintragen kann. Könnte ich natürlich sagen, ich nehme mehr von dem Wasserstoff. Das wäre, wenn ich zwei nehme. Dann würde das ja hier dazukommen. Dann hätte ich zwei mal zwei, vier plus drei, sieben. Ist natürlich jetzt nicht die Anzahl an sechs, die ich eigentlich bräuchte. So, egal was für Zahlen man aber jetzt hier einsetzt, ob es drei, vier, drei, vier, fünf, sechs, was auch immer. Das wird niemals klappen. Ich muss auf sechs kommen, habe aber immer hier eine ungerade Anzahl wiegen den drei. Also, das ist problematisch. Ja, woher kommt denn dieses Problem, dass ich da drei Stück habe? Ja, das kommt nämlich genau hier von dieser Zahl. Die Zahl drei, dieses hier, die mich stört. Dadurch, dass ich da eine ungerade Anzahl habe, bekomme ich die Probleme. Denn ich könnte natürlich auch noch hier mehr H-Atome mir holen, indem ich hier eine andere Zahl einsetze. Aber es wäre immer eine gerade Anzahl. Denn ich habe drei mal zwei oder vier mal zwei oder fünf mal zwei. Also immer eine gerade Zahl. Also, so klappt das wohl nicht. Ich bräuchte eine gerade Anzahl an Wasserstoffatome auf der rechten Seite. Und wie bekomme ich die? So nicht. Aber es gibt eine Lösung. Nämlich, zunächst mal radiere ich das hier weg, weil das hat ja nicht funktioniert. Was ich machen könnte, ist, dass ich sage, okay, Moment, falsche Stiftfarbe. Ich müsste davon eben zwei Stück nehmen. Weil dann habe ich nämlich hier, ah, ich sehe gerade, ich habe da unten die zwei, ähm, noch nicht wegradiert. So, durch die zwei hier vorne dran, habe ich dann nämlich eine gerade Anzahl an Wasserstoffatome. Hier hätten wir dann, zwei mal drei macht sechs, plus zwei macht acht. Und das ließe sich ja hier vorne leicht ausgleichen. So, bevor wir das aber machen, müssen wir daran denken, dass sich diese zwei auch noch woanders auswirkt. Nämlich hier, zweimal, habe ich zwei. Und hier habe ich auch zweimal drei Sauerstoffatome. Damit stimmt jetzt natürlich die Anzahl der Sauerstoffatome nicht mehr. Ist also nicht ausgeglichen, denn ich habe ja hier noch drei. Aber das ist kein großes Problem. Ich nehme mir diese zwei, die ich jetzt hier ergänzt habe, auch noch hier dazu. So, eintragen müsste ich das dann hier noch vorne dran. Übrigens, ähm, der Punkt, den ich hier eingezeichnet habe, den macht man natürlich nicht hin. Aber es wirkt ja wie eine Multiplikation. Zwei Stück davon, ne? Und hier unten taucht es dann ja wirklich als Faktor zwei auch. So, mit dieser zwei, beim Sauerstoffatom, stimmt es dann wieder. Ich habe zweimal drei Sauerstoff. Kann man gerade auch mal hier zusammenrechnen. Das sind ja dann, hups, zweimal drei ist ja sechs. Das heißt, ich habe sechs Sauerstoff. Zwei mal drei Sauerstoff. Das stimmt also. Aber diese zwei wirkt sich natürlich auch auf die Anzahl der Wasserstoffatome aus. Das heißt, ich habe zwei mal drei mal zwei. Also habe ich hier ja insgesamt dann zwölf Stück. Ich schreibe das jetzt mal hin, weil ich natürlich jetzt schon weiß, dass es die richtige Anzahl später ist. Wenn ihr das auf ein Blatt mit Bleistift macht, dann könnt ihr das auch schnell wieder wegradieren. Okay, zwölf Wasserstoff. Ich brauche die hier drüben auch. Momentan habe ich zwei mal drei. Das ist zwei mal acht. Was ich nicht machen werde, ist hier diese Anzahl zu verändern. Denn dann hätte ich ja eine Auswirkung wieder auf Sauerstoff und aufs Aluminium. Und das wäre ungünstig. Deshalb möchte ich also nur hier etwas ergänzen. Ich nehme die andere Farbe. So, das waren zwölf. Das sind sechs. Plus, wie viel mal brauche ich jetzt die Gruppe H2, damit ich auch auf insgesamt zwölf komme. Das wäre dann eben drei Stück. Also hier vorne dran eine drei. Das da nehme ich mal weg. So, und dann hätte ich auch meine zwölf Stück hier. So, ist also richtig. So, und jetzt brauche ich nur noch nach dem Aluminium gucken. Und das geht leicht auszugleichen. Denn hier habe ich zwei, da habe ich momentan nur eins. Und diese Anzahl, wenn ich da was verändere, dann ist das unproblematisch. So, und es stimmt dann. Das heißt, wir zählen es nochmal gerade durch. Zwei Aluminium, zwei Aluminium. Wir haben sechs mal zwei Wasserstoff, sind zwölf. Hier haben wir zwei mal drei, sind sechs. Plus sechs Wasserstoff war richtig. Sauerstoff sechs mal eins. Zwei mal drei sind auch sechs. So, dieses Beispiel ist jetzt wirklich sehr kompliziert gewesen. Aber vom Vorgehensweise ist es genau das, wie ihr vorgehen solltet. Die Regeln zur Reihenfolge und also die Tipps, die findet ihr ja nochmal in einem Kästchen. Wendet sie schon an. Das ist die sinnvolle Vorgehensweise. Ihr werdet selten so komplizierte Gleichungen bekommen, aber sich diese Regeln zu merken, schadet sicherlich nichts.